Diese Sternzeichenpaare erleben bis Ende Mai ein Liebescomeback. Auch wenn der Sommer sich mit großen Schritten nähert, ist es nie zu spät für ein paar Frühlingsgefühle. Für einige Sternzeichen bedeutet die warme Jahreszeit nämlich nicht nur viele Abenteuer, sondern vor allem eines. Ein Liebescomeback. Bei diesen drei Sternzeichenpaaren kommen alte Gefühle wieder hoch. Stier und Skorpion. Paare, die aus einem Stier und einem Skorpion bestehen, gelten in ihrem Umfeld oft als die Traumpaare schlechthin. Denn beide Sternzeichen sind stets um ihr Image bemüht und wollen sich immer bestmöglichst präsentieren. Bei all dem Fokus auf die Meinung anderer geht dabei aber auch schnell das eigentlich Wichtige verloren. Die Aufmerksamkeit für den Partner. Dadurch schocken viele Stier-Skorpion-Paare ihre Freunde mit einer plötzlichen Trennung. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Denn beide Sternzeichen sind sehr reflektiert und haben nach einer langen Beziehungspause erkannt, was sie an dem anderen geschätzt haben. Wird also höchste Zeit für ein Liebescomeback. Dieses Mal allerdings mit Fokus aufeinander. Jungfrau und Fische Jungfrau und Fische sind eigentlich die perfekte Pärchenkombination. Denn sie ergänzen sich in ihren Charaktereigenschaften. Wie die Fische bremsen die Jungfrauen während ihren Ego-Trips und die Jungfrauen ermutigen die Fische mehr aus sich zu machen. Doch für viele dieser Paare wurde diese immer neue Herausforderung mit der Zeit anstrengend. Und es kam zu einer schmerzhaften, wenn auch freundschaftlichen Trennung. Gerade jetzt kurz vor dem Sommer entdecken aber viele Jungfrauen, was sie eigentlich an ihren Fische-Partnern hatten. Und sehen sich nach den guten alten Zeiten. Kleiner Tipp, liebe Jungfrauen. Mach den ersten Schritt. Es wird sich lohnen. Krebs und Witter Für die Paarung Krebs und Witter steht eine emotionale und turbulente Zeit bevor. Denn beide Sternzeichen haben sich nach und nach einer schmerzhaften oder aufwühlenden Erfahrung in Sachen Beziehung aus dem Dating-Leben zurückgezogen. Langsam kommt bei beiden Tierkreiszeichen aber der Gedanke auf, dass man sich wieder binden möchte. Etwas Festes sucht und die große Liebe doch nicht versäumen will. Und wo suchen die beiden Tierkreiszeichen nach dieser Liebe? Richtig, bei früheren Crushs und Teenie-Schwärmereien. Aber genau hier könnte auch das große Liebes-Comeback warten. Richtig, bei früheren